Ich habe Generalbundesanwalt Range mitgeteilt, dass mein Vertrauen in seine Amtsführung nachhaltig gestört ist und ich deshalb im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt seine Versetzung in den Ruhestand noch heute beim Bundespräsidenten beantragen werde. Als Nachfolger für das Amt des Generalbundesanwaltes werde ich den Generalstaatsanwalt aus München, Herrn Dr. Peter Frank, vorschlagen. Dankeschön.